Hallo, hast du schon mal einen Marienkäfer kurz vor dem Abfliegen beobachtet? Er stellt die oberen Flügel auf und pumpt mit seinem kleinen Körper, das heißt, sein Hinterleib presst sich rhythmisch zusammen und dehnt sich wieder aus. Warum das fürs Fliegen wichtig ist? Wie viele Flügel Insekten haben, wie diese gebaut sind und wie Fliegen bei ihnen funktioniert, das alles lernst du in diesem Video. Wie auch Fledermäuse und Vögel können sich viele Insekten durch Fliegen fortbewegen. Doch ihre Flügel dienen nicht nur zum Fliegen. Käfer zum Beispiel haben zwei Flügelpaare. Die harten Deckflügel bedecken das zarte zweite Flügelpaar. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com